Herzlich willkommen im Schulungslabor der Firma Gerstl hier in Mülheim an der Ruhr. Mein Name ist Wiebke Katzio-Zegler und mein Name ist Timo Köhler. Hier in unserem Schulungslabor führen wir gemeinsam mit Ihnen den praktischen Teil der Schulungen durch. Alternativ kommen wir auch gerne zu Ihnen, um die Schulungen an Ihren Systemen durchzuführen. Die genauen Inhalte und Termine des Schulungsprogramms finden Sie auf unserer Homepage oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich per E-Mail oder Telefon. Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich in unseren Schulungen begrüßen zu dürfen.